Der Name der allerschönsten Katze Vor langer Zeit einmal, da hatte der Kaiser von Siam seinem Freund, dem damaligen chinesischen Kaiser, eine wunderschöne Katze geschenkt, eine Siam-Katze. Sie ist so schön, rief der chinesische Kaiser aus, als er sie das erste Mal sah, dass sie den schönsten und passendsten Namen bekommen muss, den es auf dieser Welt überhaupt gibt. Er ließ die weisesten Männer seines Hofes zusammenkommen. Ich möchte die Katze Tiger nennen, erklärte er ihnen. Seid ihr einverstanden, oder gibt es einen noch passenderen Namen für dieses zauberhafte Tier? Die weisen Männer steckten ihre Köpfe zusammen. Dann erwiderte der Älteste des Rates mit ehrfürchtig gesenktem Haupte. Herr, der Tiger ist zwar schön und mächtig, aber der Drache ist noch weitaus mächtiger und schöner. Er kann sogar durch die Luft fliegen. Nenn die Schöne also lieber Drache. Ein Geraune hob unter den Weisen an. Ein anderer Weiser widersprach. Sicher ist der Drache etwas Wunderbares und es ist vollkommen richtig, dass er fliegen kann. Aber die Wolken können noch schneller fliegen als der Drache. Auch sind sie größer und nehmen vielerlei Gestalt an. Darum schlage ich als Namen für diese außergewöhnliche Katze Wolke vor. Der Rat der weisesten Männer Chinas blickte einander an. Der dritte große Weise sagte nach einiger Überlegung schließlich, die Wolken vermögen durchaus viel. Groß sind sie und schnell ziehen sie über das Land. Aber der Sturm kann sie vertreiben. Er ist also noch viel mächtiger als die Wolken. Sturm soll diese Siam-Katze deshalb heißen. Aber eine feste Mauer trotzt noch dem allerstärksten Sturm, rief da plötzlich der Nächste der Weisen. Mauer ist der richtige Name für das Tier. Der Kaiser zog eine Augenbraue nach oben und erneut steckten die Weisen die Köpfe zusammen. Dann wiederum sprach der Fünfte der Weisen. Mauer? Warum Mauer? Dem Sturm, der die Wolken verscheucht, mag sie wohl trotzen. Wenn aber die Mäuse lange genug am Fundament der Mauer nagen, dann stürzt sie ein. Nein, Herr, du solltest deine Katze Maus nennen. Da lachte der Kaiser und fragte seine Weisen, die bereits reichlich Runzeln auf der Stirn bekommen hatten. Und wer ist nun wohl stärker als die Maus? Die Räte sahen einander verdutzt an und wagten von da an nicht mehr zu sprechen. Der Kaiser fuhr nach einer Weile fort. Natürlich ist die Katze stärker. Sie fängt ja die Mäuse. Und somit sind wir hier aller Weisheit zum Schluss zu der wohlfallenden Erkenntnis gekommen, dass der beste Name für diese Katze eben Katze ist. Und so soll sie dann auch heißen. Also sehen Sie in den nächsten моя سے. Sie kennen Kgie. Und wie über die Sie gemacht haben. Die Frau zum Schlussock in der dissemination. Wir befinden unsesta Ydarsee. Wiefred Untertitel ist das einander.